Oh, das letzte Symbol. Pui. Ah, kommen wir dran? Ja. Elf Ringe haben wir noch. Gut, zurückkommen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch irgendwas mit Laser. Voll Laser, wie du abgehst. So. Okay, aber hier ist glaube ich auch nichts dran. Zumindest sieht es nicht so danach aus. Scheide, dass man an den Inseln nichts anschlagen kann an... Na, an Ringe. Bisschen komisch. Komisch, komisch. Du bist komisch. So, düsen wir mal zurück. Ich habe aber sonst noch kein anderes Logo oder noch kein Schild gesehen. Oder noch kein, ja, Symbol. Müssen aufpassen, ne? Weil hier sind gleich wieder diese ekeligen Blasenfische. Die uns das Leben schwer machen können. Neun Ringe habe ich noch. Nicht mehr viel. Hier werden auf jeden Fall... Ach, hier sind zwei... Oh, zwei Rätsel sind hier. Einmal Laser und einmal da hinten. Okay. Ich sehe dich. Kleiner Schlingel. Oh nein. Nein. Es war so klar. Und wir haben Leben verloren sogar. Holy shit. Jus. Und Jus. Okay. Mist. Ich bin in die Wolke geflogen. Ich bin so doof. Ja, das war ja nicht so schön. Schon wieder einer. Alter, wir haben doch gerade erst... Ernsthaft? Das ist doof. Wuhu. Äh, wo muss ich hin? Hilfe! Oh, sind die explodiert? Ohne mich zu berühren. Wuhu. Puh. Okay, man kann den auch einfach entkommen. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen hier mal gucken, ob wir hier irgendwo das Bild noch finden. Äh. Weil das ist hier auf jeden Fall wieder ein Laser-Rätsel. Nein. Wieder drei, bitte. Weil die Sachen müssen wir mal wieder drehen hier und so. Ja, rotate. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. So viel steht schon mal fest. Also das... Das machen wir schon. Das... Das Rätseln wir schon... Das Rätsel werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Aber... Ich muss gucken wegen die Bilder. Ob wir noch ein viertes Bild finden. Ja gut, im Prinzip ist es ja Trial and Error dann eigentlich, ne? Dann würde ich das mal eben schnell machen. Oder? Oder sollen wir erst... Ach komm, wir machen erst hier. So. Da ist noch Nahrung. Kann ich da irgendwie... Ja, da. Sehr schön. Uah. Nein, die drei ist es. Den können wir auch rotaten. Nahrung. Juhu. Wir dürfen nicht verhungern, ne? Und verdursten. Das Spiel ist sehr gnädig zu uns. So. Dann würde ich mal jetzt anfangen damit. Mit den Laser zu drehen. Fangen wir mal damit an. So. Also. Dann machen wir mal. Ich würde sagen, erst hier. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, der hat zwei. Okay, alles klar. Ja. Macht Sinn. Der hat auch zwei. Das sieht schon mal einigermaßen richtig aus. Glaube ich zumindest. Bei dem roten bin ich mir noch nicht sicher. Ich mache erst mal blau weiter. So. Warte. Das könnte so. Ja, so glaube ich. Den können wir nicht drehen. Die sind fest, ne? Den können wir noch drehen, glaube ich. Den können wir, glaube ich, auch drehen, ne? Ja. Okay. So, warte. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Moment, warte. Muss erst mal hier. Gelb. Gelb. Gelb, sagst du? Ja, glaube ich nicht. Er da, ne? Genau. Das könnte richtig sein. Hier stimmt noch irgendwas nicht. Krass, dass die Laserschalen da blockiert werden. Heftig. Da müssen wir den noch drehen. So, warte. Äh. So. Glaube ich zumindest. Oh, der muss noch ein bisschen... Warte mal. Der steht noch nicht ganz richtig. Der steht noch nicht ganz... So müsste der richtig stehen. So, dann ist der an, der an, der an. Dann der rote müsste, glaube ich, jetzt noch... Warte mal, ich werfe da nochmal ein Ringchen hin. So, warte. Warte. Na. So, schauen wir mal, wo der hin muss. Jo. Sehr schön. Wuhu. Unsere erste Kiste. Yeah, nice. Strange Chest. Oh Gott. So, dann würde ich sagen, die andere holen wir auch. Natürlich. Selbstverständlich holen wir die. So. Sehr geil. Müssen wir jetzt erstmal zurückkommen. Wo sind unsere Ringe? Ringe? Äh. Oh Gott. Oder war hier drin irgendwas? Zum Anknüpfen. Okay, warte. Warte, wir haben ja noch fünf. Ist ja nicht so schlimm. So. Das müsste... War das hier? Oder war das da? Ich glaube, da war das, ne? Oder? Gut, die Kiste können wir ja auf Hand nehmen, ne? Das ist nicht das Problem. Wie sind wir denn jetzt darüber gekommen? War das hier lang? Ja, hier lang. Dann sind wir hier durch. Dann da. Dann da. Ich fand das cool mit dem Soundrätsel. Das war auch cool am letzten Mal. Das war echt cool gemacht. So, lass doch mal gucken. So. Also, wir haben... Oktopus. Wir haben... Stern und Fisch. Die Frage ist nur, welche Reihenfolge. So, wir probieren mal. Das war anscheinend richtig. Juhu! Sehr schön. Place? Nein. Aber wir können nur eine mitnehmen. Oder wie ist das? Replace? Äh... Dann müssen wir nochmal wiederkommen. So leid es mir tut. Dann müssen wir nochmal wiederkommen. Ich hoffe, die... Äh... Ich hoffe, die despawnt jetzt nicht. Das wäre jetzt echt kacke. Das wäre richtig kacke, wenn ihr jetzt despawnt. Ich hoffe, die bleibt da. Ich hoffe, die bleibt da. Wo sie ist. So. Das heißt, wir müssen zurück. Ich hoffe, ich finde den Rückweg. Hilfe! Wo ging es denn jetzt nochmal zurück? Hier links ging es zum Laser-Rätsel, ne? Genau da hinten. War das... Oh Gott, wo war denn der Rückweg? War das hier? Ich glaube... Oder? Wo ging es denn? Oh Gott, ich weiß nicht, wo wir hergekommen sind, ne? Uff. Wir sind für immer gefangen hier. Lost. Oh Gott, wir hätten uns, glaube ich, ein... Oh fuck, ich weiß wirklich nicht, wo wir lang müssen, ne? Ähm... Warte mal, wir haben, glaube ich... Sind wir erst durchs zerbrochene Haus gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Das wäre jetzt echt schade und kacke. Pass auf, ich mach mal den hier. Aber ich glaube nicht da hinten lang, oder? Oder? Warte, ich mach mal den hier. Wir können den ja wieder aufnehmen. Das ist ja nicht das Problem. Ne, ich glaube hier lang ist es nicht richtig. Äh... Kann ich den wieder aufnehmen hier? Pick up? Ah ne, einmal geworfen ist... Okay. Einmal geworfen ist geworfen. Toll. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir mit dem letzten Ring noch nach Hause finden. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo wir reingekommen sind. Wo war denn das? War das hier? Ah, hier lang. Oh Gott sei Dank. Puh. Puh. Uiuiuiuiuiuiui. Pass auf, ich mach nochmal hier einen Ring irgendwo hier nochmal hin. Nur zur Sicherheit. Gott sei Dank. Ich war jetzt ein bisschen lost gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Müsste man sich so wie bei Minecraft so Fackeln bauen. Damit man weiß, wo man lang muss. Wenn man den Weg, also wenn man sich verirrt hat oder so. Das heißt, wir sind wieder zurück. Ja, sehr schön. Geil. Mit einer Kiste. Die wir hier platzieren. Und das sieht aus wie eine sehr schöne Kiste. Oh, das ist eine sehr edle Kiste. Ähm, ja, wir müssen wieder zurück. Wir haben keine Munition mehr, ne? Müssen wir nochmal wieder was herstellen. Also wir können nachladen mit den Sachen, die wir haben. Ich würde auch nochmal vorsichtshalber nochmal Rüstung und so. Weil wir haben ja echt tatsächlich viel Rüstung verbraucht, ne? Aber ich muss mir merken, dass man wegrudern kann von denen. Gut zu wissen. Also dass man hier so quasi wegfliegen kann von denen. Von den, äh, Furzfischen. So. Gut. Dann... Einmal bitte dahin. Einmal bitte dahin. Dann das zerbrochene Haus. Ich hab echt gedacht... Ich hab wirklich gedacht... Wir sind... Wir sind, äh... Wir sind lost. Hab ich wirklich gedacht. Ich bin jetzt schon wieder lost, weil ich gar nicht weiß, wo... Wo war denn das? Ne, war doch vollkommen falsch. Oh, ich bin so hohl. Ich bin völlig lost. Ich bin so doof. Ja, ich glaube hier war das. Ja, manchmal... Manchmal bin ich ein bisschen neben der Spur. Ich hab ne Orientierung wie ne Weißbrotscheibe. Es tut mir leid. Ich wollte die Waffe nicht ausrüsten. Wollte ich gar nicht machen. So. Ich hoffe, die Kiste ist noch da. Na? Das Blöde ist diese... Ja, ist noch da. Das Blöde ist, äh... Die Waffen... Das Waffenwechsel ist natürlich auf dem Mausrad. Und... Aber auch den... Den Seilwerfer. Auch der Seilwerfer ist quasi auch auf dem Mausrad, wenn du draufdrückst. Und das ist natürlich... Dann komm ich dann immer ein bisschen da drauf und rutsch da immer ein bisschen drauf ab. Deswegen wechsle ich immer die Waffen. Tut mir leid, wenn das so... Ich geb mir mal Mühe, ganz vorsichtig zu klicken. Aber irgendwie... Passiert's trotzdem. So. Gucken, dass wir hier zurückkommen jetzt. Aber die 30 Ringe, die haben wir jetzt schon gebraucht, ne? Also kann man sich so mal merken. Gegebenenfalls. 30 Ringe sind... Vorteilhaft. Die kann man, äh... Gut gebrauchen. Die 30. So, erstmal hierhin. Dann dahin. Geil, wir haben zwei Kisten. Hoffentlich ist da... Hoffentlich sind da Dings drin. Hoffentlich sind da, ähm... Mushrooms drin. Pilze. Da müssen wir neue Blueprints kriegen. Oh, bitte, ja. Bitte, 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 bitte. Bitte lass da neue Blueprints drin sein. Oh, wir haben Hunger. Das ist nicht gut. Ich seh grad Hunger leuchtet. Und Durst. Oh mein Gott. Fuck. Wir müssen unbedingt was essen trinken. Das war ja noch nie. Ich achte da nicht drauf, weil das immer so im Hintergrund alles passiert. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, wenn wir jetzt nicht essen und trinken würden. Deswegen mach ich das mal eben schnell. Äh... Drink, 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 drink. Okay, voll. Äh... Und essen? Eat, 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 eat. Eat, eat, eat. Dann können wir direkt mal wieder was herstellen. Ich achte da nicht drauf, weil das halt so im Hintergrund passiert, das mit Essen und Trinken. Aber wir haben es ja noch gut hingekriegt, ne? So, wir haben eine weitere Kiste auf Tash, das sehr schön ist. Ich würde nochmal eben... Haben wir Holz? Wir haben kein Holz. Aber ich sammle mal eben von den Jungs hier was ein. Die haben Schimmtholz dabei. So, warte. Ich packe das mal eben weg. Alter, achtmal Scrap Metal, sechsmal Wood. Leck mich fett. Warum sammelt der nicht ein? Weil unser Inventar voll ist. Natürlich. Ganz ehrlich. So, jetzt aber. Okay. Äh... Wow. Holz. Sehr schön. Dann stellen wir auch nochmal, wie gesagt, äh... ein paar Platten her. Wollte ich ja sowieso machen. Ein paar Rüstungsplatten. Verbände da mal vier. Würde ich glaube ich sagen, dass das erstmal reicht. Erstmal fürs Erste. Ähm... Dass wir da, wenn wir... Ich hoffe, wir kriegen so einen Arena-Kampf wieder. Das wäre sehr schön. So. Ah, die beiden sind am Pennen, natürlich. So, fertig. Zwo, eins. Risiko. Gut. Dann. Bitte. Machen wir mal fünf Stück. Was wir haben, haben wir. Wir haben ja genug. Wollen wir nochmal Barren herstellen? Guck mal, stellen wir mal ein paar Barren her. Was wir haben, haben wir. So, ähm... Jetzt haben wir wieder Holz. Wir müssen ja ein bisschen hier auch was grillen wieder. Kann ich nochmal Food grillen? Achso, müssen erst. Finish-Produkt, ne? So, vier Stück. Dürfte, glaube ich, reichen. Die Tomate würde ich gerne essen. Die bringt aber auch nur zehn Food, ne? So viel wie gekocht ist, ne? Also nicht viel. Ich weiß ja, ob wir später noch, äh... Ob wir später tatsächlich, ähm... Na, sag mal schnell. Ob wir später... Irgendwie richtig kochen können. Aber ich denke schon, mit dem Blueprint... Wir werden bestimmt eine bessere Küche kriegen oder so. So, da würde ich mir nochmal was reinstopfen. Und wir brauchen Holz. Was wir natürlich haben. Ich hab das aus Versehen einen reingepackt. So, vier. Geht noch einer rein. Das ist der dann. Den würde ich auch direkt hier reinpacken. Dann haben wir hier die Essenskiste voll. Trinken. Ja, müssen wir jetzt herstellen. Das mach ich direkt mal. So, 50 Sekunden. Das heißt, wir können... Eigentlich vorwärts fahren. Ich guck nochmal eben wegen der Rüstung. Oh. Der Oven war leer. Sehr schön. Siebenmal Rüstung. Davon nehm ich mal ein. Das Scrap Metal... Oh, hier ist schon wieder leer. Aber wir verbraten das Holz relativ gut. Das ist sehr schön. Da freue ich mich drüber. Weil dann wird das wenigstens verbraucht. Das Scrap Metal würde ich mal eben hier wegpacken. Das hatten wir, glaube ich, hier vorne. Die zwei, drei Stück. Ja, genau hier. So, zack. Okay. So. Was hat der Ofen? Der ist noch dabei. Drei Sekunden. Bing. Fünf Barren, die wir einlagern können. So. Zack. Sehr schön. Freue ich mich. Trinken müssen wir auf jeden Fall herstellen. Äh... Zweimal. Gut. Dann können wir nochmal gleich was naschen. Kann ich das wieder wegpacken? Okay. Wir fahren weiter. Natürlich auf Slow. Und schauen. Und schauen, was passiert. Ich würde die Waffe einmal nachladen. So, nachgeladen ist. Also, wir haben wieder Munition. Ein bisschen. Nicht viel. Dürfte erstmal reichen.